So, guten Morgen Kinder, es ist RdLP hier und jetzt töten wir den Echten, nachdem wir das Duvel getötet haben. Ja, das sollte ich ja gerade schon, hat ja nicht so hingehauen, ne? So, wir verpissen uns jetzt. Äh, gut, dann mal aufs Bike. Zwei Kilometer ist er nur weg. Aber eigentlich gar nicht so dumm von Ergato sich ein Duvel zu holen, ganz im Ernst. Ich finde das cool, ich mag den Typen irgendwie. Ja, komm. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall richtig sicher gehen und ihn richtig umholzen. Am besten mit einem Granatwerfer auf ihn einballern, ja? Damit, damit das Thema jetzt mal wirklich gegessen ist mit Ergato. Und dann gibt es keine Energy Drinks mehr. Wetten, ich werde von Monster Energy bezahlt gerade. Also die Regierung wird von Monster Energy bezahlt, damit diese Energy Drinks vom Markt gehen und damit Monster wieder diese Monopolstellung hat. Ich weiß, das ist eine Alu-Kuh-Theorie, aber die könnte hinhauen. Ich meine ja nur. Gut. Gut, da muss ich jetzt auch mal da hin. Äh, ich bin ein bisschen falsch gefahren, aber das macht gar nichts. Ich kann hier runter. Dann querfällt ein. Lalalala, lalalala, ab durchs Maisfeld. Geniors Kunst. Ziemlich hochentwickelter Kram für so eine abgelegene Gegend. Wow. Die Regierung hat in die Kartoffelernte als Ersatz für Coca investiert. Ein guter Plan, aber das Kartell hat die Sache beendet. Vielleicht hilft es ja zukünftigen Generationen. Wir müssen nur Santa Blanca ausschalten. Ja, das ist ja nichts. Das dauert ein Wochenende deines Santa Blanca-Geschichte. Wir nennen uns jetzt im Zielgebiet. Also das sind Kartoffeln oder was? Hab ich das nicht verstanden? Waffenbereit. Wenn ihr das Arschloch seht, schaltet es aus. Alles klar. Ein Scharfschütze. Alles gut. Nichts passiert. Vielleicht sollte ich erstmal ein wenig aufklären. Wieso bin gejagt? Hä? Warum? 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 Wo? Scheiße. Ich schieße auf die Ärsche. Scheiße. Deckung suchen. Ich hab Deckung. Ja, wieso bin ich denn jetzt aufgeflogen? Scharfschütze runter. Runter. Wenigstens ist Elgato keine Pussy. Der bleibt an Ort und Stelle. So, ich schalte jetzt mal den Heli ab. So. Alter, wie präzise die Granaten werfen können. Fuck, alter. Junge, wie viel hält denn der aus? So, doch. Wo denn? Wer hat mein Problem? Die Uni Duff ist da. Na, das auch noch. Ist ja rosig. Ich muss improvisieren. Wir haben das C4 scharf. Wir haben keinen Saft. Das ist gut. Ich bin eh gejagt. Ich brauche jetzt nicht wieder anfangen zu schleichen hier. Sack. Aber die haben keinen Strom mehr. Also kommen keine Helis mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Scharfschütze runter mit dir. Alles gut. Ich hab's voll drauf. Alarmiert. Unidat. Was? Ich war doch so lieb. Wo denn? Fuck. Das ist das Problem. Manchmal sehe ich die einfach nicht. Dann bin ich zu sehr beschäftigt mit Munitionssuche. So, wo ist denn der Arsch jetzt? Boah, scheiße. Ja, Unidat ist jetzt sowieso Hardcore alarmiert. So. Boah, scheiße. Wieso kommt die Unidat-Truppe? Da ist Munition. Ganz schnell. Alter, drei Unidat. Äh. Ich komm hier nicht durch. Da kommen sie. Was ist der Plan, was? Da komm ich nicht durch. Ja, klar. Ich mach sie alle kaputt. Junge, wie viele kommen denn da? Ja, scheiß drauf. Ich suche jetzt Elgato. Granate. Da ist er. Granate, volle Deckung. Zeck dich. Er ist tot. Ist er es? Haben wir diesmal den richtigen Elgato? Schicken wir Baum in seine biometrischen Daten. Sie kann es uns sicher sagen. Darf ich hier vielleicht mal in Ruhe den abfotografieren? Elgato ist möglicherweise schon wieder tot. Die biometrischen Daten sind unterwegs. Hab sie. Warten Sie, ich lasse sie durchlaufen. Na endlich, sie stimmen überein. Na geht doch. Gut gemacht, Nomad. Elgato gehen endlich die Leben aus. Dieses Arschloch hat schon zu viele Anschläge überlebt. So, um nochmal sicher zu gehen. Video verfügbar. Das gucken wir uns da an. Wie heißt er? Die Puppe hat keinen Namen, Tio. Für einen Namen muss man leben. See, da hast du wohl recht. Nidia Mirena. Ja, Mirei. Du kennst den Spruch. Ich liebe dich mehr als das Leben. Was wird denn das jetzt für eine Romanze hier? Ich liebe dich, meine Königin. Doch nicht mehr als das Leben. Danke für diesen Beitrag. Das war sehr romantisch. Ja, ich muss erstmal die Gefahr hier... Gute Arbeit im Romanzu. Die Schmuggelaktivitäten des Kartells haben einen schweren Schlag erhalten. Selbst wenn sie die Anlage neu errichten... Ich bin hier mit Mörsern auf mich. Und der Tod von Elgato stürzt die gesamte Organisation ins Chaos. Was ist denn jetzt passiert? Und wieso kommen die 1000 Uni-Dart-Truppen? Ich bin down. Ich sehe nichts davon, dass du mich heizt. Verdammt, das war knapp. Ich bin schnell zurück. Oh, du Scheiße. Ich habe keine Granaten mehr. Das war's. Das war's. Ich fordere Rebellen. Ja, das bringt doch nichts. Ich habe keine Granaten mehr, nichts. Da kommen zwei Rebellen. Ne, da kommen vier. Okay, cool, aber... Runter, alle runter. Teli. Ja, den trifft man halt nicht. Ich muss hier weg. War hier nicht irgendwo Munition? Hubschrauber, auf den Boden. Wo war die Munition? Da. Nein. Scheiße. Ich habe vergessen, wo die Muni gelang. Der Aufenthalter, drückt auf. Runter. Ja, Digga, hier sind zwei Hubschrauber. Ich habe keine Munition mehr. Der Butsch hat dich im Visier in Deckung. Eli, runter, runter. Ich sterbe sowieso. Runter, Arschloch. Ja, egal. Du, ganz im Ernst, das war jetzt auch irgendwie mies. Warum kommen da tausend Unidat drum? Ja, egal. Scheiß drauf. Ich hätte das Video auch beenden können und sagen können, ha, ich bin entkommen, aber ich bin real. Ihr seht's, wenn ich verkack. Ja, die Pateroilien-Stufe. Ja, wenn sie Feinde töten, kann ich alles. Okay. Ja, das Gebiet habe ich auch. Das ist aber ein großes Gebiet. Ah, wir sind fast durch. Schön. Na, was heißt hier fast durch? Ich bin hier überhaupt noch nicht fast durch. Oh Mann. Wo bin ich nochmal? Hier, ne? Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Mal gucken, was hier so ist. Ne. Hier ist nichts mehr, was ich unbedingt haben will. Außer das vielleicht. Puh, das klingt gut. Aber das ist jetzt zu weit weg, ne? Ja. Okay, dann wär's das für heute. Ich bedanke mich. Rdlp. Elgato ist endlich down. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.